Der Hans Eisler Chor in Berlin, denke ich, steht wirklich für eine ganz andere Art von Chor. Also Verbindung, Musik mit Politik, das haben wir gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Den Hans Eisler Chor gibt es seit 40 Jahren, da hat er sein Gründungskonzert gehabt. Ein Grund, in den Hans Eisler Chor zu kommen, ist sicherlich das Repertoire. Und wir haben uns halt so eine Nische geschaffen, wo wir also doch sehr, also versuchen zumindest immer, irgendwie so einen neuen Kick wieder zu finden, eine neue Programmgestaltung. Wir wünschen uns Leute, die engagiert sind, die nett, die freundlich sind, die Lust an Musik haben und allerdings auch natürlich eine Stimme mitbringen, die für den Chorgesang geeignet ist. Der Chor setzt sich aus sehr unterschiedlichen Menschen unterschiedlicher Professionen und unterschiedlichen Alters auch zusammen. Also ich glaube, es geht im Moment von 24 bis, ich glaube sogar über 70. Chorgesang ist eben eine Sache, die man als musikalischer Amateur mehr oder weniger voraussetzungslos machen kann. Das heißt, jeder, der irgendwie auch was tun möchte, findet seinen Platz. Zum 40. Jubiläumskonzert haben wir wieder so ein einfach entspannendes Programm. Ich wünsche mir natürlich, dass dieser Chor weiterhin so schön besteht und so viel Spaß macht jetzt und lebendig bleibt. Und ja, da kann man sich überraschen lassen.